Du bist auch kein richtiger Mann, Wallah, nein, Billahi, hey, ich habe jetzt kugelt. Wallah, Billahi, Kosovo, das ist auch gerade ein richtiger Krieg. Lach nicht, lach nicht. Es gibt doch keinen Krieg mehr. Das war... Was? Das ist vor 16, 17 Jahren, äh, vor 23 Jahren. Wallki, 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 hast du heute Handy? Wallki? Ja. Los. Wallki, schreib mal Serbien-Kosovo-Krieg jetzt. Wallki, Kosovo, bitte. Und du als Albaner hast nicht mal einmal darum geredet, tu nicht so. Sind das keine Menschen, oder was? Was für Krieg? Bro, warte mal, du, tu mich nicht, du mal. Ich habe euch gemacht, was ihr heute seitens überhaupt zieht. Aber warum? Also, hast du was dagegen, wenn man über Palästin und so redet? Es werden viele getötet. Bruder, du, sagst du Papa Ari, ich mache... Sind das keine Menschen, oder was? Ja, sind auch Menschen. Du hast doch gesagt das mal, ich spiele für Albaner keine Menschen, oder? Ja, natürlich, aber, hä? Engel, ey, der Diener war schlecht, Junge. Von wem hast du geholt? Hab ich ja nicht gesagt, Ulf von Albanern, die haben beste Zeug. Hab ich ja nicht gesagt? Von wem hast du wieder geholt? Nein, Barilo, du den Thema... Barilo, du den Thema nicht ablegen. Wollah, du den Thema nicht ablegen. Wenn unsere Soldaten da drüben sterben, wollah, du den Thema nicht ablegen. Wollah, Billa, bleib loyal. Warte mal, Wolki, hast du heute Handy? Ja, habe ich. Schreib mal bitte Kosovo Krieg Serbien. Bitte, jetzt, was passiert gerade. Serbien, Kosovo Krieg? Wie kannst du im Club sein und über Klick und so reden? Wie schnell bist du? Nein, Barilo, hey, hey, tu nicht das Thema ablegen. Wollah, bleib ein Mann, bleib ein Mann. Der Miami-Arben war der Einzige, der... Bleib ein Mann, bleib ein Mann. Wo soll ich den Sing jetzt? Wollah, ich bin ja in den Zähnchen, ich bin in anderen Wochen lang. Grüne Rose. Danke, Uressu. Danke, die Nordkosovo-Spitze ist... Ich bin in Serbien, Außenministerin Kosovo. Wolki! Ja, habe ich schon. Und, was steht da? Krieg. Ha! Und du als ein... Was ist denn war da? Ey, warte mal, du fragst, was steht da? Warte mal, wo Mädels rauskommen, mal nicht mal liegen. Bruder, sei ein Mann. Sei ein Mann. Ey, was steht da, Wolki? Oder ist das so? Die kurzen Nau-Menschen, die jüngsten Nau-Menschen. Unsere Soldaten spielen, du und du. Sei ein Mann. Sei einmal ein Mann in deinem Leben. Wirklich einmal ein Mann. Wirklich ein Mann. Einmal, Barilla, einmal. Barilla, einmal. Ey, Wolki, mach dein Maske drauf, Engel. Nur weil er meint, das ernst. Ich meine auch ernst. Okay, mach, steht da, Wolki. Lies doch. Oder hast du keinen Schulabschluss? Du hast keinen Schulabschluss. Hast du schon einmal geschaut? Hey, hast du schon rausgekommen? Hast du einmal geschaut, welches Datum ist passiert? Ja, steht da. Lies doch. Ja, warum schaust du dann nicht? Wenn du glaubst, du bist ein Albaner bist. Warum schaust du in deinem Leben? Afghanistan, Afghanistan, Kurdistan, auch ich als Türke, sind das keine Menschen? Hebsölio oder Abgeordnete? Einheit für jeden. Adamolung haben wir nach oben. Nein, es ist ein Anderloch. Jeder Mensch, jede Nationalität bei mir auch. Istan stirbt auch. Das heißt, neutral. Lies jetzt, lies. Wach, wach, wach. Die Beweck hat keine Heilkommission. Adamolung, bei mir entfog ich, aber kein Kind hat, äh, Kind ist Kind in meinen Augen. Gibt's keine Nationalität. Lies, tu nicht so. Blast. Ha? Junge, es steht nicht. Ich hab gerade gegogelt. Wolki, sende es sich im Adam-Gebisch-Haber-Arsch, Wolki. Ey, Engel, ich verstehe den Satz nicht. Guck mal, du Sch***er Satz. Send es weiter, Serbien, Kosovo. Wie gefährlich kann es sein? Ist schon passiert. Na, guck mal, Engel. Engel, bist du dran? Wolki, mach mal ein Video, sag mal, Krieg, sende es weiter. Wenn man in Google, wenn ich in Google jetzt eingebe, Elan, Krieg, dann natürlich steht Krieg über Elan. Weil Google, sende es doch so ein. Nein, du Sch***er Satz nicht, du Sch***er Satz. Tu nicht so. Walla, tu nicht so. Walla, tu nicht so. Oh, der Typ ist krank, ja. Ja, ja, jetzt bin ich der krank, ne? Wolki, sende es sich im Wolki. Engel, tamam, lan, Arion, ja. Wo sind die Internetseite? Engel, die Nachbarn hat diese Internetseite zugemacht. Engel, du wollen wieder tanzen gehen. Engel, du wollen wieder tanzen gehen, gell? Engel, bleib da, Engel, bleib da. Junge. Engel ist das Beste, Mann. Ja, du ist nicht. Jamel ist ein bisschen, Frau, Jamel darf alles. Ich habe mir Jamel nicht zu tun, Barello, bloß egal. Was denn, Barello? Was, Barello? Jamel und so. Leute schreiben mir, Barello und Jamel treffen sich bei Hannover. Ich habe es ja egal. Niemals im Leben, niemals im Leben würde ich mich mit der Treffung wehren, freundschaftlich. Und die wollte mir eine... Hast du dich nie davon angeschrieben? Hast du dich nie angeschrieben? Nee, ich habe gesagt, klär mir eine Freundin. Die wollte mir eine Freundin von ihr klären, so. Wegen Treffen. Aber nicht, denkst du wirklich, ich will was du... Ey, Engel, Walla, du denkst falsch von mir. Du hast falsches Bild von dir, Oma. Du hast falsches Bild von dir, Oma. Du hast falsches Bild von dir. Aber warum tanzt du nicht weiter? Das war gut. Ertan mit dir, Barello. Ertan mit dir. Barello, Barello, du wirklich klärst. Aber du bist ein Mann, du bist. Valla, die Albanische die mir genau so. Du bist wirklich so. Du hast keine Klärst. Was du redest? In Kosovo, ich habe mich mit dem. Nein! Ich habe mich mit dem, so. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Der Dürst. Du bist. Ich hab mich mit dem. Du bist. Ich habe mich mit Ichuge Ero站were mich im bilen. Ihr Thomas kamen. Enesch Aber du bist. Aber ich bin. Ich habe mich mit dem Hermann aufsomethingер. Ich bin der, es gab es besonder. Ich habe ich Das ist doch kein Krieg. Was ist Krieg? Das ist doch kein Krieg. Ich sage nicht, er sagt, es stimmt. Konflikt ausführt am... Oh, das Konflikt ist doch kein Krieg. Natürlich, es gab früher Krieg. Natürlich gibt es da Konflikte und so. Das ist gerade Krieg. Der eine Polizist ist gestorben. 30 serbische Mann hat eine Polizist in Kosovo geschossen. Das ist doch kein Krieg. Was ist das? 30 serbische Polizisten haben eine Kosovo erschossen. Natürlich, weil er dumm ist. Okay, ist da einer von den Serben auch gestorben? Engel, ist einer von den Serben auch gestorben? Nein, das waren 30 serbische Leute gegen einen Kosovo. Okay. Jafu Babo, der wollte ja. Jafu Babo, der wollte ja. Jafu Babo, oder? Nein. Jafu! Servus, Bro! Servus! Ja! Merdo da, oder? Du bist jetzt gestorben, aber du bist nicht mehr mein Landsmann. Junge, geh ein bisschen tanzen! Es war krass vorhin, Junge! Was mit dir, ja? Warum tanzt du denn nicht auf Politik? Baralo! Jeden Raum! Junge, was hat er genommen? Was hat er genommen, hey? Eine Rose! Schau, hier, Besitzer, Baralo Bach. Kommst du einmal hier, Selma will dich buchen. Komm her mal auf, hey. Ja, ja, Baralo. We love you, lad. Baralo, kommst du hier nach Ausflug, Wallah, Selma will dich, der will dich buchen. Ich buche dich, halt. Bester Rapper, ich werde, oh komm, du rappen! Was für Rapper, alter, was für Rapper? Der ist der Besitzer hier, ja, der ist der Besitzer. Der Besitzer, der Bester Besitzer, Abi. Sag, der will, du wirst ihn buchen. Hey, Asit war hier, nächste Mal kam Mero, aber er will dich auch buchen, Baralo, Wallah, er will dich buchen. Baralo! Ich komme, ich komme, insallah! Meine Freunde, gib mir Fram, Fram! Fram, 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 Fram! Arno, wer ist Fanboy? Arno, 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 Arno. Du bist VIP, alles hat er. Baralo, Wallah, komm, hier, Wallah. Mero, du bist, Baralo. Anlad, Jaram, anlad. Ja, Abi! Nächste Woche ist Mero da. Ja, er... Änd ich jetzt? Wallah, komm vorbei, wir laden dich ein. Oh, Junge, Mero ist der beste Rapper in meiner Augen, Wallah. Schau, ich zeig dir. Er hat einen Aufgriff bei uns. Wallah, Mero ist der letzte Mann. Wo denn, in München oder wo? In München oder wo war das? Augsburg, Augsburg. Uff, mittlerweile. Barlow, Barlow. A Impression der�� Honda. Um das Group bei uns gibt es. Infine. Barlow! 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 F Quatsch, F Quatsch ... Barlow! 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 V одkens, Jaramim, Jaramim, Jaramim! Flam! Wie war's denn? Was denn, du hast doch gerade gesagt, Engel springt drauf. Nicht diese Ajax mit mir, Barelo, nicht mit mir, mein Freund, nicht mit mir. Komm, wir machen eine Runde Match. Ich schwöre, ich hab, Leute, was hab ich zu euch gesagt? Ich hab gesagt, Barelo ist jetzt da, er sagt so und so, die haben das ja mitgehört. Und ich sag, er wird jetzt gleich mir eine Anfrage schieben und sagt, ich hab zu ihm gesagt, mach nicht so und so. Obwohl du gesagt hast... Ich wollte die Wahrheit sagen. Ich wollte die Wahrheit sagen, ja, ich hab gesagt, springt drauf und so. Damit hatte ich ein bisschen vergessen, weil er hatte Liebeskummer, hat mir privat geschrieben und so, ihm geht's nicht gut. Er hat mir ein bisschen leid getan, aber ich hatte keine böse Absicht oder so. Komm, komm, warum fährst du nicht los, Wallah? Warum willst du mit mir nichts rauchen gehen? Nein, ich bin jetzt voll sauer. Du sagst zu mir was anderes und zu denen sagst du was anderes. Ja, davor war wirklich so, aber danach... Was ist das? Das Ding ist, wenn ich mich mit dir treffe, er wird richtig tot sein. Ja, Murr. Er versteht auch nicht Freundschaften, ich weiß, was ich meine. Ich? Nein, äh, Engel. Ja, versteht er, Wallah, er hat gesagt, kannst du machen. Mit Freundinnen und so, wenn sie Freundinnen holt und so, kann ich nicht. Ja, hol deine Freundin, Wallah, komm, ich leite deine Freundin. Was machst du morgen? Lass doch morgen früher, ja? Ich geh gleich schlafen, Wallah, ich bin richtig müde geworden. Ja, früher geht nicht, morgen bin ich ein bisschen früher live, erst später dann kümmert. Nein, ich meine später halt, so ein bisschen früher meine ich jetzt nicht um 2 Uhr nachts, sondern so 22, 21 Uhr. Aber da muss ich ein bisschen live gehen. Ja, kannst du ja. Dings, was ich sagen wollte, ja? Ah, hier deine Rose. Wallah, warum treffen wir, äh, kennst du hier eine Freundin, die Shisha hat, gerade kann, kannst du mir Shisha rüberbringen? Ist sie die Shisha-Frau oder was? Ja? Ist sie Shisha-Frau oder was? Warum soll sie Shisha bringen? Aber du auch mal ein bisschen, du verdienst hier Millionen Geld, du auch mal sie ausführen, so ein bisschen was essen bringen, rausbringen, nicht immer Shisha, sie soll Shisha bringen. Jeder der Rose schickt Plus ist weg, Leute, Putain, Kronen, Plus Weggiklaus, Labi, Plus Weggiklaus. Weiter, Leute, mach die Rosen, vora wartet ihr, Y, Plus Weggiklaus, weiter. Kronen, Plus Weggiklaus, weiter. In eine Rose. Aber warum will ich immer mit dir nicht bleiben, warum beleidigen sie dich? Guck mal, ich weiß, was dein Content ist, ich weiß, Schema und ich... Wallah, nix mit Content. Ich schwöre dir, wir haben keinen Fitten, also wir haben keinen Brief, wir sind nicht in Streit oder so, deswegen glaube ich auch niemals, was du sagst, was das Schema betrifft, geh? Ja, ja. Leute, los, lass mal diese vier Wins nehmen. Handy wird gerade gehauen, wie? Lass mich schon mit Zeitendie. Lass mich schon mit Zeitendie. Lass mich schon mit, sonst muss ich Leute dahin schicken. Er wird nicht gehauen. Ne, jetzt nix. Wallah, Engels ist gar nicht traurig. Sollte er traurig sein, er chillt sein Leben. Wallah, ja. Wallah, komm, komm doch ein bisschen schimmen, Wallah, lass mich nicht gehen oder so. Dankeschön. Junge, Wallah, ich will mit dir freundschaftlich, du denkst... Ich weiß doch... Ja, von mir kriegst du Energie, vertrau mir. Was machst du morgen? Wallah, ich hab nix geplant oder so, ne? Komm, morgen ist Samstag, morgen ist besser. Wo denn? Jetzt finden schon was. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ja? Rames, danke Rames. Soll ich mir das Snipe aneinander? Oh, ich hab... Glaubst du nicht? Nein, ich geh jetzt schlafen. Kannst du mir deine Freundin schicken und ich will mich wieder treffen alleine? Ich schreib, äh, ich geb dir, also ich schreib dir in Insta, ich geb ihre Insta-Adresse. Was denkst du, was sie gerade macht? Vorhause. Wach? Zuletzt war sie wach, bestimmt. Ich schreib dir gleich, ha? Ich schreib dir dann Insta. Okay. Ciao. Ciao, ciao, ciao. 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 Italiano. Parla Italiano? Yes, you. Oh, scusa, come sei? Sto bene, tu? Bene, come ti chiami? Where are you from? Italiano. You, where are you from? Italia, Sicilia. Hey. Nepal. Sì. Huh? Nepal. Nippolz. Nippolz, sei Yolo. You? Huh? Did du esse? Nippolz. 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 Junge, hör mir doch kurz zu, ziehst du, warte, 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 guck mal, wie geht's dir?